wieder hier auf meinem kanal ich spiele heute minecraft und wünsche euch dabei viel spaß so das ist jetzt die welt die ich jetzt angefangen habe ich kann ja mal von oben ganz kurz füllen dauert ein bisschen bis ich oben bin so dann haben wir hier ja hinten das fußballstadion hier die schule hotel hinten die köpfe häuser wald atomkraftwerk dann haben wir hier noch das schwimmbad und den freizeitpark den freizeitpark habe ich jetzt soweit erst mal fertig ich kann euch das ja noch mal zeigen ein bisschen habe ich jetzt schon gebaut und zwar habe ich hier jetzt die station die habe ich ja noch mit euch zusammen gemacht dann habe ich hier eine holz achterbahn gebaut hier den heiländer aus dem hansapark dann habe ich wartet hier habe ich dann noch so eine bootsfahrt wo man mit booten hier rumfahren kann ich hoffe ihr wisst was ich meine hier habe ich noch mal so eine achterbahn gebaut also hier nochmal die fällt auch mal so runter da hinten ich kann es euch mal zeigen hier fällt sie runter und dann fährt sie weiter also fast einmal durch den kompletten pack und hier ist dann noch mal so eine art ninja wo wir parkour wo man dann wartet kurz wo man dann hier halt durchlaufen kommen so ach nee das kann ja stehen bleiben so wartet ich komme nicht hoch muss das einfach noch ein bisschen höher machen so nein jetzt habe ich da drüben irgendwas hingebaut was ich nicht machen wollte oh nein jetzt ist durch hier alles wo habe ich das denn jetzt hingesetzt der gehört so so dann kann man hier halt so hoch und dann hier halt aber ihr wisst bestimmt was ich meine dann hier auf weiter hier rüber und dann noch mal richtig schwung nehmen und dann hier noch mal rüber das könnte ich vielleicht noch mal und dann springen sie rüber hier nochmal rüber entweder abkürzung aber hoffentlich nehmen sie das nicht ähm und dann hier noch mal den normalen ausgang nehmen muss ich noch mal hier so 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 wartet so und hier noch einen gut dann bin ich damit jetzt auch fertig hier hinten könnte ich vielleicht noch mal so einen kleinen laden machen weiß ich wie ich den gestalten kann ich brauche erst mal steine also teile ähm so 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 vielleicht einfach aus holz mit so welchen teilen hier dann brauchen wir noch ähm ne hellere farbe ähm einen ofen und am besten hier sowas und vielleicht noch so wartet ne sowas ähm ne die dunklere variante davon dann bauen wir jetzt einfach so ein kiosk hin ähm da können wir einfach so 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 dann können wir hier dehnen und dann brauchen wir noch ein fenster also so dann kann man würde ich das hier so dass hier also als verkaufstheke reicht das ja dann hier und hier kann man das dann so zubereiten also so hinten den laden wo sie es zubereiten und da dann die ganzen öfen und so rein so dann hier nähe das so so dann das hier einfach rüber dann haben wir das hier so warum ach so ich hab da 100 so das erstmal so kann ich auch erstmal so machen eigentlich kann ich das da auch direkt zumachen so so ähm ähm hier kann erstmal ein dach rauf und wir machen es jetzt auch öffnen bis hier das sieht ja nachher auch niemand also den durchgang da kommen ja nur die mitarbeiter rein die ich leider noch nicht hab hier lebt noch niemand in der stadt aber später wird hier jemand leben dann werde ich hier nochmal einfach so welche gitter oder die nicht einfach so hier dann auch nochmal ein paar gitter so wie so einem schloss halt ein paar gitter reichen ja hier nochmal ein paar wände hin also statt fenster also ein paar gitter so das dann hier zu so damit man hier auch nicht also damit wir gleich das dach rauf machen können jetzt brauchen wir die öfen die öfen ich packe mal da welche hin ach so wir brauchen noch truern truern wo haben wir die wo sind die truern hier haben wir truern vielleicht noch so ein fass genau dann kommen wir hier noch so eine lampe hier ein ding und da so ein fass dann kommen wir nämlich hier vor ne nicht so sondern nein nicht so warum will der nicht aha jetzt so jetzt kann man das so hochklappen und dann halt irgendwie bier oder so einschenken dann hier nochmal so eine truhe kleinen ofen genau und das wäre dann noch der hinterteil von dem teil also der hinterbereich das sieht man halt als gast noch heimlich außer man guckt durch die gitter aber das wird wahrscheinlich mal machen so weil das ist jetzt ja auch das letzte stück des parks da werde ich vielleicht noch irgendwie toiletten oder so hinbauen so wo habe ich denn jetzt die schilder kann ich das hier vielleicht noch ausschildern ähm genau habe es noch nicht mal ausgeschildert ähm ähm was könnte ich denn jetzt noch machen sieht das gut aus so so was vielleicht noch gut aussehen würde ist wenn ich hier mir eine fackel nehme und aber das projekt mit dem ganzen park also ne mit der ganzen stadt ist noch nicht abgeschlossen das ist ja jetzt erstmal nur der park so ne das kann ich noch drinnen behalten dann brauche ich noch Türen so und mehr eigentlich nicht dann hier hinten kommt jetzt das ende des parks hin so und hier werde ich einfach Toiletten hinbauen so 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 wie viel Platz sind so und dann hier nach hinten bauen ach ne da haben wir ja sozusagen schon eine Wand so 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 jetzt haben wir sozusagen die Vorderwand fertig nein das will ich nicht bauen nein das will ich nicht bauen jetzt hier die Wand so so hier eine Wand warte ich grenze das mal so ein bisschen ein dass es die Größe kriegt so hier dann noch so so hier noch die Wände einmal ganz kurz zu Dächer rauf und dann sind wir eigentlich auch gleich fertig also mit dem wie nennt man das Themenbereich genau also mit dem wie schreibt man in die Kommentare wie ich mein Freizeitpark nennen soll also dann sind wir mit dem Freizeitpark sozusagen fertig ähm ja schreibt es einfach mal in die Kommentare vielleicht ändere ich dann noch das Eingangsschild so dann sind jetzt hier die Toiletten auch fertig ja so und schreibt mal in die Kommentare wie ihr meine Stadt und auch mein Freizeitpark und die anderen Sachen findet am besten finde ich glaube ich sogar die Achterbahn also die Holzachterbahn und den Highlander hier der Wagen und das Häuschen habe ich halt so einen alten Stein dann so graue Elemente zum hochfahren und dann hier auch nochmal diese rote Lampe da und hier oben halt das Oberteil vom Highlander genau und so sieht es von oben aus ist halt so ein Wikinger Bereich eher Wikinger Freizeitpark und was ich jetzt auch in dieser Stadt plane ist ein Strand vielleicht eine Bowlingbahn und ein Kino das auf jeden Fall auch noch und ein Einkaufszentrum weil ich habe halt noch kein Einkaufszentrum das ist wichtig und vielleicht noch eine Stadt mit Hochhäusern also wo Leute da wohnen können dann brauche ich auf jeden Fall noch Steine für die Straße brauchen wir schwarz, grau und weiß einmal grau kann weg und dann werde ich wahrscheinlich alleine erstmal hier die Straße weiter bauen also in keinem Video weil das wahrscheinlich ein bisschen langweilig ist und dann werde ich mal wieder ein Video machen wenn ich ähm halt hier anderen Sachen bei also wie jetzt zum Beispiel Einkaufszentrum oder Kino oder Strand genau das war es auch mit dem kleinen Video hier auf meinem Kanal ich hoffe euch hat das Video gefallen und ciao